Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7, wo wir einer Spur aus Blut folgen, die sich irgendwie, ja, aus diesem, ja, was ist das, aus diesem Gefäß herausgefräst hat, wo die Figur ohne Kopf sich drin befunden hat. Und die Spur aus Blut hat ihren Weg hier lang gefunden. Da vorne ist Red. Nach wie vor gibt es Kämpfe, die nicht zu unterschätzen sind. Und, ähm, du hast Gift, du solltest dann mal ihn hier angreifen. Eieiei, ich sollte tatsächlich... Hm, das ist ja wieder toll. Ähm. Heilung für Ares, bitte. Ähm, ich sollte tatsächlich diese Bio-Fäuste, glaube ich, abschaffen. Ich habe da aktuell wirklich nur Nachteile durch. Hm, muss ich mir überlegen. Ach, greif so an, komm. Das macht ja Sinn gegen menschliche Gegner. Ähm. Aber hier sind doch überraschend viele, die gegen, äh, Vergiftung sehr immun sind. Offensichtlich. Ist ein bisschen doof. Ich fand die Konstellation eigentlich ganz gut. Hm. Ah, was machen wir denn jetzt? Machen wir es so rum. Können wir ja wieder austauschen. Können wir ja wieder austauschen. Aber dann kannst du zumindest zuhauen. Sieht aus, als ging es nach oben. Ja, wir folgen der Spur aus Blut weiter. So, jetzt können wir nämlich mit allen angreifen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ah, sehr schön. Den Querhieb sendst du auf den hier. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der dann schon... Nee, reicht nicht. Überraschenderweise. Ah, aber so reicht es dann doch. Alles gut. So. Folgen wir der Spur weiter. Soll ich mal hochheilen? Ich trau dem Bart nicht so ganz. Es wirkt sehr gefährlich. Okay, auf der Etage war ich noch nicht. Da geht es zu den Fahrstühlen. Da wollen wir nicht hin. Ich folge der Spur nochmal. Gibt es hier irgendwas aufzusammeln? Nö. Stattdessen gibt es den nächsten Kampf, aber nur gegen einen von diesen. Das sollte uns nicht vor riesige Herausforderungen stellen. Sonst ist in dem Raum nichts. Weitere Leichen säumen den Weg und ein Speicherpunkt. Den ich natürlich benutze. Der mich aber noch nervöser macht, ehrlich gesagt. Denn so ein Speicherpunkt wird ja gerne vor... ...einem größeren Bosskampf geparkt. Keine Blutspur... ...mehr. Dafür... ...er ist tot. Der Chef von Shinra Incorporated ist tot. Dann muss dieses Schwert... ...Sephiroth gehören. Sephiroth ist am Leben? Sieht so aus. Nur Sephiroth kann dieses Schwert benutzen. Ist doch egal, wer es war. Das ist das Ende von Shinra. Stopp. B-b-b-b-b-b-b-bitte bringt mich nicht um. Was ist passiert? Se-se-se-se-firo ist gekommen. Hast du ihn gesehen? Hast du Sefhiroth gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Du hast ihn wirklich gesehen? Ja, würde ich in so einer Lage lügen. Ich habe auch seine Stimme gehört. Er sagte, dass er uns das verheißene Land nicht überlassen will. Soll das heißen, das verheißene Land gibt es wirklich? Und Sephiroth ist hier, um es vor Shinra zu retten? Er ist also ein Guter? Das verheißene Land retten? Ein Guter? Niemals. Das wird so einfach. Ich kenne ihn. Sephiroth hat etwas anderes vor. Rufus. Mist. Den habe ich ganz vergessen. Äh, wer ist das? Vizepräsident Rufus. Der Sohn des Präsidenten. Okay. Ich kenne nur seinen Namen. Ich habe gehört, dass er lange woanders war. Was für ein Mensch er wohl ist? Ich habe gehört, dass ihn nie jemand bluten oder weinen gesehen hat. Okay. Hier kann man jetzt nicht wirklich was machen. Wo kann man denn jetzt rausgehen? Die Tür war hier, ne? Ja. Da müssen wir wohl raus zum guten Rufus. Hm. War Seferu also tatsächlich hier? Übrigens. Wer seid ihr? Ich bin Cloud, ehemals Soldier erster Klasse. Ich bin von Avalanche. Äh, gleichfalls. Ein Blumenmädchen aus den Slums. Ein Forschungsobjekt. Hm. Buntes Team. Also, ich bin Rufus, Präsident von Shinra Incorporated. Du bist nur Präsident, weil dein Dad gestorben ist. Ja, genau. Ihr werdet euch meine Antrittsrede anhören. Vater wollte die Welt mit Geld beherrschen. Es hat funktioniert. Die Bevölkerung hat gedacht, dass Shinra sie beschützen würde. Arbeitet bei Shinra und nimmt den Lohn. Wenn ein Terrorist angreift, dann hilft dir Shinra's Armee. Sah von außen perfekt aus. Aber ich mach das anders. Ich werde die Welt durch Furcht regieren. Die alte Methode ist zu umständlich. Ein bisschen Furcht kann die Herzen der Menschen lenken. Wozu Geld für das Pöbel verschwenden. Er hält gerne Reden. Genau wie sein Vater. Haut mit Elvis aus dem Gebäude ab. Was? Ich erklär's später, Barrett. Das ist die wahre Krise unserer Welt. Was zum Teufel soll das heißen? Ich sag's dir später. Vertrau mir einfach. Ich komm, sobald ich mit ihm fertig bin. Gut, Cloud. Oha. Cloud, mir ist gerade was eingefallen. Ich warte auf Cloud. Schnell, alle zum Aufzug. Hm, von nun an wird's ziemlich heikel. Wir sollten unsere Ausrüstung prüfen. Ähm. Cloud und Tifa's Materia. Entfernen oder so lassen? Na, Cloud und Tifa sind ja eigentlich gut ausgestattet. Die lass ich mal. Ich könnte aber jetzt wahrscheinlich ohnehin. Ah, ich könnte das jetzt auch so tauschen. Das ist natürlich nicht sehr realistisch. Weil Cloud und Tifa sind halt gar nicht da. Ähm. Die Frage ist halt. Und das weiß ich ja jetzt nicht klar. Ich steuere jetzt. Wen steuere ich denn jetzt überhaupt? Ich steuere jetzt Ares, Barret und Redd 13. So, wir haben noch nicht genug Materia für alle. Aber es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. So, wir wissen, dass eins zu eins ist. Es macht halt sonst gar keinen Sinn. Das ist, das ist nun mal so. Wir steuern die jetzt. Ich hab halt die Hoffnung. Ich denke mal, dass, 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 ähm... Feindtechnik solltest du eigentlich auch... Wer macht denn jetzt Raub am besten? Wer hat 13 vielleicht? Die Feindtechnik, die legen wir dann auch rein. So. Ich hab halt die Hoffnung, wenn wir, äh... Cloud und Tifa wieder spielen, dass wir dann nochmal tauschen können. Wie gesagt, das ist nicht realistisch. Denn eigentlich können... Wir können ja jetzt nicht tauschen. Wir sehen uns ja nicht. Aber... Naja. Wir müssen ja jetzt hier kämpfen. Was will man machen? Ähm. Feuer. Feuer. Eis. Machen wir mal ganz viel Schaden auf... möglichst viele verteilt. Ja, so viel Schaden ist es auch nicht. Vor allem diese... Vergiftungs- und Einschlafzauber... gehen mir total auf den Zeiger. Macht Blitz vielleicht mehr Schaden. Gucken mal. Oh, immerhin. So. Dann hallen wir uns mal hoch. Dem letzten Gegner sollten wir dann auch wieder klarkommen. Sehr schön. So. Weiter zum Aufzug, würde ich sagen. Bis. Oha. Was haben wir denn jetzt? So. Was haben wir denn jetzt? Wir haben... Hunderter Schütze. Den würde ich gerne mit Blitz angehen. Ich denke mal schießen kannst du. Er schießt zurück. Ganz offensichtlich. Aber Nahangriffe werden da nicht sitzen, glaube ich. Ah, ich probiere es. Einmal probiere es. Na, zu weit weg. Ich hatte mir das gedacht. Ja, gut. Du kannst ja hier wunderbar... Du kannst ja hier wunderbar... Ah... Heilen brauchen wir noch nicht. Also weiter zaubern. Zaubern. Und Barret schießt. Das ist glaube ich... Ich vermute, dass... Der Limit wird halt auch nicht klappen. Ist ein bisschen schade. Okay. Okay. Limit ist davon ausgenommen. Das ist gut. Was macht er jetzt? Der Hunderter Schütze? Ah... Ich heile Web mal hoch. Ich habe so ein bisschen... ...die Befürchtung, dass das sonst zu knapp wird. Und... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das wieder... Schießt wieder auf alle. Das geht aber noch. Also man sieht ihn zunehmend auseinanderbrechen. Aber... Sensorkanone wird geladen. Das sind zwar Aussagen, die gefallen mir überhaupt nicht, wenn irgendwas geladen wird. Wir sollten jetzt tunlich... Sensorkanone ist geladen. Ich warte mit Red mal. Dann kann der im Zweifelsfall direkt heilen. Willenartillerie. Ah... Okay. Das hat jetzt... ...weniger Schaden gemacht, als ich befürchtet habe. Wir heilen Erwes mal hoch, aber das geht ja noch. So. Du ballerst mal mit deinem... ...Feuerball-Limit darüber. Und das war's mit ihm. Sehr gut. Okay. Äh... Nee, nicht okay. Es geht weiter. Was ist das? Heli-Schütze. Wie viel Schaden machst du? Oh, deutlich mehr. Okay. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich... Quatsch, du kannst ja schießen. ...ein bisschen defensiver vorgehen. Oh Mann. So. Ah, komm, mach Eis. Oh je. Vergiftung. Ja, Heil mal hoch. Das muss man jetzt nicht abwarten. Heil direkt hoch. So am Limit sind wir nun auch wieder nicht. Äh, Eis. Ja, komm. Kannst du gleich noch ein Limit reinsetzen. Sem-sen? Sem-sen. Kann man das so sagen? Ja, komm. C-Kanone. Aua. Äh, wir nehmen nicht so unfassbar viel Schaden. Das ekelhafteste ist eher noch die Zustandsveränderung mit dem Gift. Was passiert? Was ist los? Er fängt an sich zu drehen. Das macht mich wieder ungeahnt nervös. Und das war's mit ihm. Okay. Sehr gut. Mitrill-Armband erhalten. Öffne das Menü. Materie innerhalb der Truppe jetzt mit Wechseln auszutechnen. Das machen wir natürlich. Äh, 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 äh. Ne, Mitrill-Armband hat er sogar schon. So, dann würde ich jetzt wechseln. Und du brauchst auf jeden Fall, äh, äh, die Heilmateria. Heilmateria. Genesung. So, dann gebe ich dir auch Gift. Und Kälte. Und natürlich. Komm, du greifst mit Gift an. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Rufus als Mensch auch giftanfällig ist. Weil sonst... Habe ich ein Problem. So, dann habe ich noch Raub. Die parke ich mal bei Tifa. Tifa ist jetzt leider nicht dazugekommen. Das war so die Hoffnung, die ich hatte. Wenn das so sein sollte, dass Tifa dazustößt. Dann geben wir dir ja noch kurz das hier. Analyse auch? Oder eher Gewitter? Na, Moment. Dann machen wir es lieber so. So. Aber... Das Ganze ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Weil ich glaube, der gute Cloud... ist allein. Wir werden sehen. Warum willst du mit mir kämpfen? Du suchst das verheißene Land und Sephiroth. Richtig. Wusstest du, dass Sephiroth vom alten Volk ist? Es ist viel passiert. Ich kann das verheißene Land weder dir noch Sephiroth überlassen. Verstehe. Das heißt wohl, dass wir keine Freunde werden. Ja, damit war zu rechnen. Okay. So, jetzt gucken wir uns erst mal um. So. Wir haben Rufus. Und Black Dog. Okay. Black Dog ist vermutlich sein Schoßhündchen. Na, super. Dann versuche ich mal dieses Schoßhündchen ein bisschen zu vergiften. Ah, sehr gut. Jetzt ist das Schoßhündchen schon weg. Das ging schnell. Dann werden wir jetzt auch den Rufus vergiften. Ah, das klappt sogar sehr gut. Ah. Viel Schaden machen wir tatsächlich mit Angriffen nicht. Das war schon besser. Okay, Limit Querhieb. Und danach werden wir uns heilen müssen. Jetzt habe ich ihn ein bisschen eingefroren durch den Querhieb, wie es scheint. Wie praktisch. Ja, aber nicht lang. Er macht wirklich nicht viel Schaden. Aber ich habe so das Gefühl, dass er es auch nicht ernst meint. Der spielt mit uns. Das war es für heute. Ich ahnte es. Schutzweste und Abwehrkapsel. Okay, das gucken wir uns mal kurz an. Was ist denn das? Okay, Schutzweste. Vitalität plus 10. Und die Abwehrkapsel, das wird hier sein. Erhöht Vitalitätswerte. Einmalig oder für immer. Ich habe sie jetzt mal genommen. Hm. Dass er zu viel gebracht hat, weiß ich nicht. Aber okay. Ja, die Frage ist jetzt tatsächlich, wo wir hin müssen. Wo ist er hin? Hallo? Müssen wir hier hin? Nee, eher nicht. Müssen wir da zurück, vermute ich. Das ist ja... Er hat die Luftlinie genommen. Ist Tifa noch da? Tifa ist da. Aber... Definitiv werde ich kurz speichern. Tifa hatte ich ja auch schon Materia gegeben. Wo ist Rufus? Er ist entkommen. Könnte er geheißen. Okay, ihr seid angekommen. Das ist schön. Ich gehe voran. Ah, ich befürchte, das Gebäude ist umstellt. Ah, umzingelt. Wie? Das ist eigentlich logisch. Es ist ja Grußalarm. Wenn ich allein wäre, würde ich mir nichts draus machen. Aber so habe ich einen Ruf zu verlieren. Leute, bitte verschwinde, solange es noch geht. Sie sind nicht hinter dir her, sondern hinter mir. Ja, aber so weit kommt es nicht. Du bist wegen Marlene hier hineingeraten. Jetzt ist es an mir, auf dich aufzupassen. Okay, Schluss mit dem Affenzirkus, ihr Spinner. Danke, Barrett. Mr. Barrett. Was heißt denn hier Mr. Barrett? Das klingt nicht richtig. Also, wenn die Unterhaltung jetzt beendet ist, dürfte ich vorschlagen, zu überlegen, wie wir hier rauskommen. Oh, natürlich. Du bist ja die Kälte in Person. Genau wie jemand anders hier, den ich kenne. Hast du was gesagt? Äh, aber nein. Also, was machen wir hier? Barrett? Oh, da kommen die zwei auch schon. Tifa, wo ist Cloud? Cloud. Alle hier, ja. Hä? Was ist los? Wo ist Cloud? Der kommt noch. Los, schnell. Macht schon. Cloud hat sich ein Motorrad geschnappt, offensichtlich. Boah. Zcampag Twilight. uedst Experten. Okay, steuere das Motorrad mit den Pfeiltasten und rette deine Freunde im Lastwagen vor Schienras Verfolgungsdruck. Ah, okay, um links anzugreifen. Wechseln, um rechts anzugreifen. Soweit so logisch. Wir können aber auch ins Menü gehen und die Materie nochmal verteilen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. In meiner Truppe. Wer ist in meiner Truppe? Cloud, Barret und Tifa. Cloud, Barret und Tifa sollten Materie haben. Das ist ja auch schon so. Die Materie-Raub hätte ich allerdings gerne dabei. Weil ich nicht wirklich der Dieb bin. Ich vergesse das ja eh immer, ne? Wir machen das aber jetzt trotzdem mal. Und dann kann die Tifa gegebenenfalls versuchen, was zu stehlen. Okay. Tja. Ergruppieren. Ich könnte auch andere. Aber mit der Gruppe bin ich eigentlich... Also das sind so die durchschlagkräftigsten. Barret, Tifa und Cloud. Insofern macht das Sinn. Dann würde ich sagen... Versuchen wir mal dieses Mini-Spielchen. Wir können jetzt hier... Ja, ich bin wirklich schrecklich schlecht in solchen Dingen. Aber... Man muss die eigentlich nur treffen. Man muss sich neben die setzen. Und einmal mit dem Schwert tauchen. Dann hat man es auch schon. Oh weia, oh weia. Oh. Alles vorbeige. Hey. Wo fährst du denn hin? Oh je. Okay. Da oben sieht man auch die Energie der Leute, der Beteiligten. Wenn irgendwas auf Null geht, ist es glaube ich nicht gut. Ah. Was für eine schreckliche Steuerhau. Das ist... Ich bin kein Freund von solchen Spielen. Ähm. So. Was warst du? Aber... Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir die Energie... Vielleicht mir angucke. Man muss schon sehr viel... Falsch bauen. Um hier endgültig zu sterben. Auch wenn jetzt langsam aber sicher viel mehr Gegner kommen. Rasen durch Midgar. Mit der Kamerafahrt. Ich kann jetzt gar nicht so viel kommentieren. Ich hoffe ihr... Verzeiht mir das. Was ist jetzt? Um Gottes Willen. Was kommt denn da? Oh mein Gott. Ein riesiges Panzer... Ding. Das ist dann... Der nächste... Bosskampf. Dreht euch mal direkt um. Oh. Wir stehen natürlich komplett falsch. Jetzt ist Barret vorne. Aber gut. Ähm. Das können wir ändern. Armangriff. Einmal... Die Position ändern. So. Tifa. Dann versuchen wir was zu klauen. Wenn ich hier schon... Unterwegs bin... Ähm... Heilung brauchen wir noch nicht. Der greift aber oft an. Nichts zu stehlen. Okay. Wenn der gar nichts hat... Dann können wir uns voll und ganz... Auf den Angriff fokussieren. Und natürlich auf die Verteidigung. Was macht der jetzt? Doppelbrenner. Gefällt mir gar nicht. Okay. Geht aber noch. Hau mal mit Feuer. Oh. Wir können alle drei Limit-Techniken einsetzen. Gleich reicht das ja schon. Ah. Okay. Das ist jetzt nicht so gelungen. Der Rückwärtssalto. Aber immerhin. Ähm. Oh. Wir machen ordentlich Schaden. Haben jetzt schon ordentlich Schaden verteilt. Ähm. Bearwit. Bearwit heilen bitte. Wer hat denn noch mal Blitz? Du hast Blitz. Ja. Na? Ich hatte die leise Hoffnung. Hast du das schon... Was war denn das jetzt? Hast du den nicht getroffen? Grollendes Feuer. Ah. Herrlich. Oh. Übel. 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 Sprach der Dübel. Ähm. Er ist tiefer bitte. Sei ganz Gentleman und heile tiefer. Die haut jetzt auch nochmal zu. Oh ja. Der hat aber echt viel Energie. Weil ohne die Limits Weil ohne die Limits Mit Blitz Heilung für Cloud Ähm. Ohne die Limits Hätte ich ja noch so gut wie Äh. Neben Ansatz so viel Schaden gemacht. Und er ist immer noch Er ist immer noch Alter. Das ist definitiv Der bis hierher Härteste Kampf. Das war's aber viel. Letztlich doch nicht Ins Schwitzen gekommen. Aber Die Gegner Werden voreinander. Und wir haben ein Stern-Amulett Was machen wir jetzt? Sephiroth lebt. Ich 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 habe eine Rechnung Zu begleichen. Und Das wird den Planeten retten? Wahrscheinlich Ich Geh mit Ich Ich Auch Ich Muss noch einiges Erfahren Über das alte Volk Über Viele Dinge Das war's dann wohl Mitka Ich Kehre in meine Heimatstadt zurück Bis dahin Folge ich euch Das ist wohl Der Beginn unserer Reise Magst du reisen nicht? Es ist gefährlich Bist du sicher Dass du mit willst? Hm Magst du reisen nicht? Ich Ich weiß nicht Aber Ich kann Sonst Nirgends hin Deshalb ist es wohl egal Ob ich gerne reise oder nicht Weißt du was? Das ist das erste Mal Dass ich Mitka verlasse Wirklich? Hast du Angst? Ein bisschen Nein Große Angst Aber ich habe ja meinen Leibwächter Wir haben Erwes Mutter gesagt Sie soll an einem ruhigen Ort suchen Marlene wird es auch gut gehen Oh ja gut Dann Das wäre ein bisschen arschig Ja das glaube ich auch Sie sagte Sie wollte nicht mehr in Mitka bleiben Vielleicht ist das auch das Beste Äh Okay Das ist dasselbe Okay Dann würde ich sagen Brechen wir auf Also Gehen wir Wir brauchen eine Anführung Das kann natürlich nur ich sein Ähm Meinst du? Cloud soll es tun Okay Lauf nach Nordosten Zu einer Stadt Namens Kalm Cloud Wenn etwas passiert Treffen wir uns dort Außerdem können wir nicht zu fünft Durch die Felder spazieren Zu gefährlich Teil uns in zwei Gruppen auf Okay Ähm Ich bleib bei meiner präferierten Gruppe Cloud Barret tiefer Einfach weil die Durchschlagskräftig sind Und ihr zwei Bildet Eine extra Gruppe Und wir müssen mal gucken Wie das mit dem Aufleveln ist Ich habe so im Kopf Dass die Personen Die nicht in der Gruppe sind Durchaus mitleveln Aber nicht Nicht voll Also die sind dann immer Ein paar Level dahinter Aber jetzt nicht Man kann sie nicht Komplett abhängen Wenn ich das richtig Im Kopf habe Ich kann aber auch Jederzeit Die Gruppe tauschen Speichern auf der Weltkarte Auf der Weltkarte Kannst du jederzeit Das Menü öffnen Und Speichern wählen Um das Spiel zu speichern Das ist schön Hier sieht man nochmal Die Weltkarte Ich wollte aber eigentlich Ah So kann man die Kamera wechseln Sehr schön In die 3D Ansicht gehen Sehr schön Und Kalm sieht man jetzt Hier schon Das ist quasi Der Ort im Nordosten Quasi in die Richtung Wo wir jetzt schauen Da werden wir dann Hinreisen Aber ich möchte jetzt Ganz kurz An dieser Stelle Weil es ein schöner Cut ist Ein kleines Resümee machen Die Midgar Sequenz Ist jetzt beendet Und diese Midgar Sequenz Ist quasi Ja wenn ich jetzt sage Das Intro des Spiels Ist es ein bisschen Übertrieben Es ist schon ein bisschen Mehr als das Intro Aber das Tutorial Passt schon halbwegs Also Ähm Das ist erst der Anfang Des großen Abenteuers Und jetzt müsst ihr euch Mal vorstellen Damals Das Spiel zum ersten Mal Gespielt Schon Stunden Versenkt In die Story Die ja auch dramaturgisch Durchaus jetzt Ihren Showdown hatte Das muss man ja so sehen Klar ist mit Sephiroth Ein neuer Gegner Auf der Bühne Entstanden Den man bisher Noch nie gesehen hat Wir wissen noch gar nicht Wer das ist Ähm Aber die eigentliche Der Kern der Story Wir wurden ja in die Story Reingeworfen Mit dem Anschlag Auf Reaktor Nummer 1 Und sind dann in die Verstrickung mit Avalanche reingeraten Und haben das Blumenmädchen getroffen Und dann kam das Mit der Platte Und Erwes wurde entführt Und wir haben Erwes Jetzt befreit Also Dramaturgisch Sind wir jetzt An einem Abschluss Und ein kurzes Spiel Wenn wir den Sephiroth Aspekt Rauslassen Ein kurzes Spiel Könnte jetzt Durchaus zu Ende sein Das ist Eine halbwegs Abgeschlossene Handlungsbrücke Natürlich mit Strängen Die jetzt noch Weiter gehen Aber theoretisch Ein Abschluss So Und so fühlt es sich Damals auch an Als ich das Spiel Gespielt habe Und ich war jetzt Überwältigt Man kommt dann aus Midgar Und sieht diese Karte Und sieht Midgar ist Ein Punkt davon Alter Verwalter Da habe ich gedacht Auf was hast du dich Jetzt hier Eingelassen So ich kann schon mal Vorweg nehmen Midgar ist natürlich Mit die größte Stadt Da müssen wir nicht Darüber sprechen Aber dennoch Dennoch Liegt da noch Eine lange Reise Vor uns Und ich freue mich Diese Reise Mit euch Antreten zu dürfen Und in der nächsten Folge Reisen wir dann Zu den Klängen Dieser wunderbaren Musik Der Soundtrack Ist ja einfach nur Fantastisch Das muss man sagen Ja zu den Klängen Dieser Musik Reisen wir dann weiter Ich hoffe Ihr seid dann wieder Mit dabei Bis dahin Macht's gut Bis dann Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020